Uttitahasta Meru Dandasana ist die Wirbelsäulenstellung mit aufgerichteten Armen. Raffaela, Ausbildungsleiterin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Von dem Sitzen ausgehend ziehe die Beine zu dir hin. Meru Dandasana ist die Bezeichnung für verschiedene Stellungen, wo es auf die Wirbelsäulen besonderem Maße ankommt. Uttitahasta heißt aufgerichtete Arme, was heißen soll die Arme nach oben.